Musik Mein Name ist Micky Wiesel Und das sind meine ermutigenden Geschichten Musik Naja, und dann steht man plötzlich da und weiß nicht, wo soll man hingehen in die eine oder andere Richtung und dann braucht man Erkenntnis auf dem Weg nach innen, um irgendwie weiterzukommen Hallo ihr Lieben, heute geht es wieder um einen Tipp Wenn du in einer besonderen Notlage bist oder wenn du irgendwo nicht weiterkommst in einer Lebenssituation, dann brauchst du Hilfsmittel sogenannte Ressourcen, die du aktivieren musst, damit das Leben weiter fließt und du zu einer Lösung kommen kannst Und da ist es eine ganz gute Übung, wenn du dir persönlich ein Ressourcen-ABC anlegst Das heißt, du machst einfach so eine alphabetische Liste ABCDEFG und so weiter Und schreibst zu jedem Buchstaben etwas auf, was du gut kannst, was dir schon mal gut gelungen ist Eine Fähigkeit, die du hast, aber vielleicht auch noch nicht angewandt hast Eine Person, die du kennst, die dir eventuell helfen könnte und so weiter Und dann wirst du sehen, dass du plötzlich eine ganze Menge Ressourcen hast, die du alle zur Verfügung hast Um das Leben wieder zu verflüssigen und um diese Situation zu meistern Ich bin gespannt, wie es euch mit dieser Übung gehen wird Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg damit Alles Liebe, euer Micky So sieht es aus, wenn man sich in einem ressourcenvollen Zustand befindet Wünsche ich allen anderen auch von Herzen Nachdem ich von meinem ressourcenvollen Zustand gerade wieder aufgewacht bin Sag ich Prost Spongebob Das perlt Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft Dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist Dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will